Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Ich bin Irina und das ist eine Liebesbotschaft für dich. Meine Lieben, wer schon längst wartet auf einen richtigen Herrscher, auf einen richtigen Mann, der dich in den Händen tragen wird, der dir alle Wünsche in Erfüllung oder deine Wünsche, wie gesagt, wir werden neben diesem Mann in Erfüllung gehen. Schaut mal, meine Lieben, das stimmt. Wer wartet, der kommt. Er ist schon da. Aber diesen Weg musst du dir selbst entscheiden. Musst du selbst diesen Weg wählen. Das ist deine klare Entscheidung. Kann sein, dass bei manchen von euch dieser Mann war schon in deinem Leben und er kehrt zurück. Das ist ein Wiederkehr von alter Liebe. Alte Liebe, wie sagt man, eine richtige Liebe stirbt nie. Und sie nimmt einfach Pause. Und so wie aussieht, das sind die Liebenden und das ist ein Schicksalsrat. Und das, gleich schaue ich, was ist das? Aha, Stabilität. Kommt wieder, Stabilität. Wieder alles wird aufgerollt. Wichtig ist, dass du diesen Weg, wie soll ich sagen, Erkenntnis, dass du wirklich erkennst, dass du diesen Mann brauchst, dass du diesen Mann willst, dass du ihm vielleicht verzeihst, wenn zu verzeihen, wenn nichts Schlimmes wirklich, aber das wird Universum dir selbst überlassen. Und jetzt die Botschaft, diese Liebesbotschaft lautet, der neue Weg kommt in dein Leben, eine neue Möglichkeit oder jemanden, so einen Herrscher kennenzulernen oder ein alter Herrscher, der vielleicht war früher kein Herrscher und jetzt ist er ein Herrscher geworden. Darum schau bitte, meine Liebe, selbst. Brauchst du das oder nicht? Aber dieser Weg, du stehst schon. Du stehst schon, du hast diese Richtung schon genommen. Du hast die Entscheidung schon getroffen. Du hast selber lastlos, du schaust schon nach vorne lastlos. Ohne Last, ohne alte Einschränkungen. Du hast dich verstärkt und du möchtest Liebe, richtige Liebe in deinem Leben und das wirst du haben. Meine Lieben, ich freue mich, dass ich euch diese Legung präsentieren darf. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch für eure Likes und Kommentare, für eure Unterstützung, weil das gibt mir wirklich sehr, sehr viel Kraft. Ab und zu mal möchte man aufgeben, aber ich sehe, ihr braucht mich. Und vielen, vielen Dank. Alles Gute, alles Liebe, einen wunderschönen Tag und wirklich, dass diese Liebe kommt in dein Leben. Toll. Erlaube es dir. Halte Ausschau nach richtiger Liebe. Alles Gute und alles Liebe. Tschüss, Papa. Wunderschönen Tag, Wunderschönen Tag, Wunderschönen Tag.